Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich darf euch die Jutta vorstellen. Sie ist aus Kärten zu uns gekommen und ist aus Collegien. Also eine ganz besonders große Ehre für heute für uns. Ja, wie man sehen kann, sie hat gefärbte Haare. Das, was jetzt drin ist, ist Naturlocke. Sie wünscht sich aber ein gutes bisschen mehr und dafür sind wir heute da. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuschauen und los geht's! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.